ARD Text im Auftrag von Funk Ja, I will Lappen Okay Endes hast du eben eingeben müssen Das ist Deathmatch, also jeder gegen jeden Also free for all Oh, ich hab einen getroffen Oh, das spiel ich mir einfach zu schnell, ey Ja, das ist, äh, basiert auf einer Unreal Engine Oder läuft auf einer Unreal Engine Deswegen ist die Grafik also geil Aber ich hab ne Waffe, die hat unendlich viel Schuss Ja, meine Pistole auch Was ist denn das denn so, aber was haben wir uns da rausgesucht? Ähm Es ist einfach alles übel schnell und explodiert und ich bin schon wieder tot Ich hab auch, ich kann auch gar keine Statistik ein Ah ja, I will Lappen was killed by the first way Und es ist dem Ah, hier, da liegen Waffe am Boden rum, die kann man insammeln Ah ja, da musst du drüben Raketenwerfer Das ist wie Unreal Das ist wie Unreal Ja, du hast mich gekillt Ja, du hast mich gekillt Jo, ich hab Futo gekillt Boah, mach den Scheißer weg Oh, ich bin für... Ah, oben steht die Position Ich bin 5 Killed, ich bin 6ter 30 Sekunden wieder Nein Okay, ich muss sagen, das Spiel ist schon mal sehr abgefuckt Es ist schon mal echt ab Vor allem, ich renne mit der Pistole rum Das geht ja gar nicht Und ich renne mit der MT rum, so wie man es ja aus dem 1. Weltkrieg kennen würde Ja, so, die hab ich jetzt auch mit dem Schlangenmagazin Ich wurde getötet von, äh, Luco Boah, ich sag, spiel schnell, Alter, da gehst du kaputt Jawoll Positive KD Wo bist du? 8 Hä, warum hab ich killt? 0 Aber 4 Tote Ich hab keine Ahnung Deathwitch, 10 Minuten Also das Spiel ist krank Ja, ich denk mal, hier, neue Web Oder noch eine Runde? Ja, es geht ja nur 10 Minuten die Web hier Ja, komm, hau rein Du hast feiert zu in the game Waiting for other players 3, 2, 1, go Das ist echt wie Anvil Das gleiche Schema Das ist das gleiche Schema, ich Was hab ich jetzt? Ich bin auf dem Hund Was bist du? Ich reite ja einen Hund Oh Und ich kann zuverheißen Ich hab ne Schockgarde Ich hab nen Raketenwerfer Jo, das bist du Ne, das warst nicht du Nein Das ist ja der DAS25 hat mich getötet Aber der hat auch ein Raketenwerfer von Bobb Boah, was hab ich denn jetzt für geile Scheiße Oh, ich hab's Doppelpiste, ich hab Doppelpiste Ja, Akimbo hab ich auch grad gehabt Oh, jetzt hab ich nen Baseballschläger mit nem Auge drauf Oh, das bist du, das bist du, das bist du Oh, von hinten schießt der Unfall ey Kannst du, schieß doch, schieß doch Ich will nicht sterben Oh, wie geil ist das? Recept hat mich getötet Mich auch Also ich muss sagen, das Spiel geht mir ein bisschen zu schnell Ja, das ist, ja, ein bisschen Da schießt irgendeiner mit Klassener Rakete rum Jetzt hab ich Akimbo Oh, da ist ein Raketenwerfer Aha, ich bin Dritter Ich bin Achter Bam Aber der Raketenwerfer ist best Ah, die, 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 die Keule kriegst du aus Das Sniper hat einer Ich hab Green Day getötet Nein, der hat dich getötet Nein, ich hab Green Day getötet Ja, tatsächlich Green Day, was killed? Stimmt Alter, dieser Raketenwerfer ist einfach kill Jetzt hab ich Tommy getötet Wow Jetzt hab ich so noch einen Schuss Jetzt hab ich mich Green Day getötet Oh, da gibt's auch Rüstung Keine Ahnung Und wohl weggemacht Ö Man kann auch dein Leben wiederherstellen, wenn man irgendwas isst irgendwie Jaja Oh, jetzt, ich hab wieder den Raketenwerfer Nein Shit Oh, alles explodiert einfach Ne, das ist, ich bleib so ne Schrotze mit, äh Was ist jetzt? Oh, jetzt, ich hab Double-Tistil West? Du musst einfach nur auf der Feuertaste bleiben, das reicht schon Oh, dieser Typ Yes, ich hab' ihn getötet Was hab' ich jetzt? Ich hab'n Hund? Ja, das hatte ich vorhin auch Oh, scheiße Was? War das? Gerade aus der Welt gesprungen Ich glaub' das ist öfters ein bisher-hacking-Server Warum? Weil ich glaub' normalerweise ist das Spiel langsamer und du hast Munitionsbegrenzung Aber wie kommst du auf die Idee? Hinter mir ist er dauernd dieser komische Typ mit seiner Schottskarte. Jetzt habe ich auch diesen Baseballschläger, der irgendwelche Bälle des Todes schießt. Ja, komm her, dann kriegst du! Jaaaa! Oh shit! Oh, schöne Kill! Oh, hey, alles ist nur so explodiert und so. Ich versteh' diese scheiß Baseballschläger nicht, jetzt hast du mich auch noch von hinten weggeholt. Das ist einfach nicht so gerade laufen, das ist einfach gefährlich. Alter, was hat er denn hier, der hat Interlator-Strahl! Boah, Redsept! Ups, Vicky hat einen Laser-Strahl, ey! Oh, vor mir fliegt alles in die Luft! Ja, das ist so geile Schrottsplinde, die schießt Sprengmunitionen und dann noch mal explodiert. Alter, wie krank ist das Spiel? Alter, wie krank ist das Spiel? Yo, jetzt hab' ich glaub' ich auch diese Schrotze. Ich hab' irgendeinen Raketenwerfer, so'n voll abgefuckte. Aber er holt mich trotzdem weg, obwohl er die ganze Zeit in Explosion entstand. Was los mit dem? Jaaaa! Die uns ist ein Fleischmesser in der Grube! Das heißt, er bleibt mir, es ist einfach zu netzelt! So, wo bist du? Ich bin auf der Brücke, wie immer irgendwie! Da ist wieder irgendeiner! Ich hab' ich Glück getroffen! Aber er muss noch mal recken! Er muss noch mal recken! Scheiß Raketenwerfer, ey! Ja, das war ihr! Ja, jetzt hab' ich auch endlich an Gehenwerfer, ey! Und den Hund, ich bin auf Hund-Modus! Jetzt bin ich Hund auf Crack! Was bringt der Drecksköter? Der kann zubeißen! Und ich hab' Drogen gegessen, ich weiß nicht, ob das so schlau war! Ja, das ist auch noch was, ups! Ja, gut, das brauch' ich nicht! Man kann Drogen essen! Das ist so'n komischer Pilze, so'n Laserstrahl, und dann dreht sich der ganze Bildschirm und wechselt und dann die Farbe! Echt? Ja! Jo, ich hab' Zombie gekillt mit einem einzigen Treffer! Hm, Raketenwerfer ist langweilig! Oh nö, jetzt kommt wieder einer mit Raketenwerfer! Da springe ich lieber runter! Bio-Kill-Razza! Bio-Kill-Lex-Wall! Die Waffe ist cool gewesen! Jetzt, ich hab' den Zauberstab! Was findest du? Der mit dem Laserstrahl! Wo bist du? Auf der Brücke! Da! Ja, da warst du! Oh, jetzt find' ich auch tot! Also, der Modus gefällt mir, der hat was! Vor allem, weil ich... Reden mit der Shotgun, das ist Knackfutter! Nein, das war keine Shotgun, das war die im... ...de komische Zeit-Magazin-Dinger da! Hä, und du hast immer viel Sammage gemacht! Und ich bin schon wieder diese Fleischgubel gehüpft! Weil manche Löcher kannst du reinhüpfen und manche nicht! Oh! Und ich bringe immer in das, wo man nicht reinhüpfen sollte! Das hier ist das, glaube ich, wo man nicht reinhüpfen! Oh, 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 oh! Tommy, 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 Tommy! So, jetzt hab' ich mir die geile Waffe! Guck mal auf die Brücke! Du musst deine Waffe zeigen, die ist richtig cool! Ja, aber ich komm' Hunde-Modus jetzt! Oh, oh! Den Hunde-Modus auf der Brücke! Guck mal, die Waffe ist cool! Guck mal, die Waffe ist cool! Jetzt bin ich Hunde auf der Brücke, hoffe ich! Ja, ich bin Hunde auf der Brücke! Guck, die Waffe ist cool! Guck, die Waffe ist cool! Du bist einfach nur übel schnell, und? Was bringt der denn? Ich will den irgendwie abbrechen! Man muss sterben! Nö, die Leiste da leert sich langsam! Tommy hat mich getötet, okay! Wenn ich die noch runter von diesem Hund! Yo, Tommy! Yo! Mist! Ich bin einfach Zehnter mit zwei Kills und was weiß ich, wie viel tot wird! Was hab ich jetzt für ne komische Waffe! Irgend so ne, die aus irgendeinem Weltraumfügel kommen könnte! Ja, du sagst, eine Waffe stimmt! Ja genau, die ist geil! Okay, das ist diese Shotgun, die danach nochmal explodiert! Diese Weltraumwaffe! Ja, Raketenwerfer! Komm, pack her! Ich bin immer noch nur Zweiter! Immer noch Zweiter! Ich bin immer noch Zweiter! Oh, ich habe mich selber mit Raketenwerfer abgeschossen! Oh cool! Ja, Brücke? Nein, das ist noch! Wo müssen wir noch auf der Brücke? Ja, ich wackert auf der Brücke und bin runtergefallen! Juki! Wow! Jetzt gehe ich aber ab wie Schmitzkatze! Komm! Putt, 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 putt! Wo bist? Seid ihr alle? Ist das alles so laut? Gotcha! Ey, das Problem ist einfach, wenn du spawnst und nehmt dir einfach direkt eine Rakete ins Gesicht! Ja, eben! Also das Spiel, das müsst ihr euch kaufen! Das ist einfach nur so dermaßen krank! Das hat einfach keinen Sinn! Das ist einfach nur... Ich glaube, das ist nur der Modus, wo so dermaßen krank ist! Yes, ich habe einen gekillt! Das ist einfach nur der Modus, das ist einfach so dermaßen krank! Bist du der da oben? Nein, ich bin noch nicht oben! Nein, ich bin noch nicht oben! Der wieder von oben mit Raketen spammt! Aber ich bin 10 davon! Wie viele? 10? Wahrscheinlich! Oh, Mann, oh! Oh, ich habe schon wieder einen gekillt! Mist! Dammit! Du rät da weiter! Ja, ich habe ihn! Ach, Distanz triffst du einfach gar nix! Warum lade ich immer nach? Ich habe eh unendlich Munition! Ich tricke immer viel laut! Nee, Raketenwerfer hast du nur begrenzt! Hits me! Jetzt Mario! Was war das? Oh, warum nehme ich den großen Raketenwerfer? So! Geht so schneller! Weg mit dem, du verpissst dich! Stirbt! Du bist der Green, der sich weggeholt und nicht du! 4 Sekunden, aber ich bin 8er geworden! Mann, wir hatten der Erste! Ich habe 25! Jetzt habe ich schon 4 Kills! Ah ja, der Redzer 44 Kills! Ich glaube, ich spinn! Ja, der redet die ganze Zeit nur mit die OP-Wahrer vorüber! Aber ich würde sagen, 8 Mal? Ich war gar nicht mehr so schlecht! Ich bin nicht letzter geworden! Aber du hast 4... Hä, wie schafft ihr das bitte negative Kills zu machen? Wenn man sich tötet! Äh, du hast 4... 24! Ich habe 5... 20, 15! Komm, wir machen einen anderen Server! Wobei die Map geil aussieht! Nein, wir gehen mit... Aber okay, wir könnten ja noch mal versuchen, hier irgendwie Turn to Main Menu! Ja, einen anderen Server! Hier seht ihr nochmal das komplette Spiel damit, Rise of the Triads, um links! Cool! Das Beste bei dem Spiel ist, es gibt 2 Surfer, wo einmal Team Deathmatch und einmal Capture the Flag und sonst nur Deathmatch! Ah ne! Und vor allem auf dem Team Deathmatch und Capture the Flag ist keine Sau! Ja! Also wir müssen doch... Wir nehmen wieder den Jesus Clan und wir müssen halt doch den Ding weitermachen! Jesus Clan, okay! Und da seht ihr jetzt noch mal ein paar Auswahl... Ich nehme jetzt mal so einen Soldaten! Ja, ich war grad der ganz unten rechts, dieser lila leuchtende! Ja, und ich war der Bob! Ich nehme jetzt Lucky! Ich nehme jetzt die Frau, ich nehme Lorelei Lee! Lore... Ach so, die ganz links unten? Ja! Cool! Dann sind wir zwei Fahrten da loggen! Ja, dann geben wir mal Gas, ne? Oh yes, ich hab gleiche Raketenwerfer! Cool! Hat beide gesagt! Was hast du? Fuck yeah! Alter, die Stimme von der ist so geil! Die labert einfach jedes Mal, wenn du ne Waffe ausrappeln! Cool! Fuck yeah! Ja, erster! Doch nicht mehr! Ich bin zweiter! Boah, Alter! Du musst... Wenn's dich verreißt! Ich seh grad meine Rückenwirbelsäule, Stück von meinem Darm und noch... Ich bist nicht fucking zweiter, aber ich geh einfach keinen Rennen! Und wieder mir rett einer... Du das da oben! Nein, nicht drücken! Boah, Alter, wie viel schluckt der? Der kann auch nicht schießen... Achso, man kann auf diesen Jumppads hochhüpfen! Vor allem kann der nicht schießen! So, jetzt hier Waffe... Ein Kill... Der war eingekillt! Ja, das bist jetzt vor mir! Ich bin dritter! Ich auch! Hä? Ja, wenn wir gleich Killzahl... Killzahl haben... Boah, Alter! Die Map ist so... Du musst auf diesen Aufzug hüpfen! What? Die Map ist scheiße! Die ist so verdammt laut! Oh, bei der Wirbelsäule! Um viel zu verwinkelt... Dass hier viel zu verwinkelt ist... Jaaa... I do bad things to bad people! Oh ja, da kommst du... Und dann kriegst du gleich wieder einer auf die Fresse... Ja, die Map hier ist echt schlimm! Nee, ist kacke! Die gefällt mir gar nicht! Aber ich denke, wir müssen denn... Noch nicht zum... Noch mal zwei, drei Runden... Da wird Spiel mehr... Ich habe jetzt herausgefunden, dass das Spiel wirklich... Jetzt habe ich Standbild! Du auch? Hast du Standbild? Bei mir hängt es gerade... Jetzt geht es was... Nein! Echt? Ich bin mir auf dem gleichen Server... Warum nicht? Jesus! Da, wo wir eben waren! Na ja, bin ich ja auch! Aber ich habe keine Liste! Alter! Jesus! Ja! Alter! Komm, komm schnell! Die Waffe musst du sehen! Die ist so krank! Du kennst doch... Futurk, Head & Accident... Ich habe den Namen noch nicht erkannt, deswegen... Ach, Evil Lappen! Du bist da! Du bist da! Die Waffe... Die Waffe... Die Waffe ist so krank! Die musst du... Du kennst doch Gatling-Guns, oder? Ich habe einen Gatling-Raketenwerfer! Oh, jetzt hat mich aber einer von der Seite genutzt! Ich will diesen Gatling-Raketenwerfer! Der ist so OP! Ich will diesen Gatling-Raketenwerfer! Der ist so OP! Ja! Meine Aufnahme ist super! Also... Das ist einfach nur, wer Raketenwerfer einzelner Welt gewinnt! Ja! Also bei mir gab es jetzt kurz einen Aufnahmekart anscheinend! Eben durch den Standbildschirm, also fehlen da ein paar Minütchen Bildmaterial! Mach einfach ein paar Scheißbilder rein, oder so! Aber irgendwas werde ich wieder einfügen! Scheiße! Ich habe den übergeilten Waffen-Shit eingesammelt! Und was tötet mich jemand von hinten mit der... Du Pisser! Du Pisser! Du Pisser! Ich rede da mit der Mistole rum und du kommst mit dem Scheiß-Raketenwerfer! Ja! Das muss so! Warum lavert meine Füße die ganze Zeit? Rächt mich auf! Oh Mist! Jetzt habe ich diesen Mega-Raketenwerfer! Die Gatling? Aber ich habe trotzdem keinen Kill bekommen! Und ich wurde schon beschossen! Was ist das für eine Scheiße? Boah! Ich bin auch wieder an die Wand geklebt worden! Ey das ist so ein übler Spawn-Camp, was die hier abziehen! Das Spiel ist einfach nur... Aber das ist etwas traurig ist... Alter! Wie hoch kann ich hüpfen? Alter! Ich kann fliegen! Das Problem bei dem Spiel ist, es gibt nur diesen Modus anscheinend! Also das ist das Spiel, also... Ich kann fliegen! Was? Ich fliege über der Lava! Wo bist du? Moment! Ich helfe dir! Komm mal jetzt der Lava raus! Wo? Ich fliege in die Luft mit dem Raketenwerfer! Also mit hoch- und exklusiven Raketen! Da unten! Und läufst du, oder? Ja! Verfolgungsraketen! Bitches! Und jetzt bin ich tot! Ich hätte jetzt auch geholfen! Jetzt bin ich auch einfach vom Himmel gefallen und in die Lava geklatscht! Das ist die Logik! Warum kann ich die ganze Zeit fliegen und auf einmal versinklich im Boden! Ja! Woll weg diese Sau! Oh, Pilze! Oh ja, Pilze sind geil! Oh, da bist du! Da bist du! Da bist du! Ich hab dich gesehen! Pilze sind richtig cool! Okay, weg! Weg hier! Weg hier! Ich brauche eine Weiße! Diese Spawn-Camping hier! Ich hab einen gekillt! Yes! Ich hab zwei Auszeichnungen bekommen! Die Auszeichnung in KDV! Ich hab keine Waffen! Was war das? Wow, was hab ich jetzt für eine Waffe! Oh, Sven! Komm zu mir! Wo bist du? Oh, komm zu mir! Oh, die Waffe ist so... Oh, du hast mich gekillt! Genau diese Waffe! So scheiße, ich bin der Raketenwerfer? Nein, Flammenwerfer so irgendwas! Der ist so geil! Ja! Alter, du hast mich gekillt! Die Shotgun ist geil! Oh, jetzt ist er leer! Die Shotgun ist übelgeil! Die haut einfach drei Shots hintereinander raus! Ja, genau! Die ist auch gut! Alter, jetzt hab ich die Augen von irgendeinem Typ bei mir in der Fresse hängen! Nee, das ist... Wenn du irgendwelche Kill-Serien hast, glaub ich, kriegst du das hab ich eben auch mal gehabt mit dem anderen Raketenwerfer! Ey, das hat euch jemand volles in sich gehauen und auf einmal hat ich seine scheiße Augen im Gesicht! Kann ich schon wieder fliegen? Gib bitte! Nein, das kann ich nicht fliegen! Boah! Alter! Fuck! Du sagst es! Beide schreit immer fuck oder fuck yeah! Die ganze Zeit! Oh! Oh! Fuck! Oh! Erkennen wir einfach! Ich bin die ganze Zeit gewonnen von irgendeinem Typ mit der Shotgun da außen! Booter, ich hab dich gesehen! Und ich bin in die Lama gesprungen, weil ich es kann, ne? Mist! Ja, ja! Ich hab auch ein Exzident! Ich bin aber 6 da! Boah! Ich nicht! Das ist auch zum Kotzen! Kann ich jetzt wieder fliegen bitte? Nein, schade! Dies war geht fliegt nicht mit dieser Waffe! Dann hüpfte ich in die Lama! Boah! Der Krieg drei Raketen und überlebt das noch! Aber die Waffe will nicht! Irgendwie! Geht mir das Ganze zu schnell! Schieß dich von hinten an! Ich fliege über die halbe Map! Versuche ich irgendwie zu schnell da auf einmal hüpfen! Wir von alleine und hüpfen die Lava! Da komm, jetzt hab ich irgend so einen Raketenwerfer! Da ist der! Da! Ich hab gesehen, wo der Flammenwerfer ist! Ich hol mir den jetzt! Ich hab den Flammenwerfer! Nein! Wo bist du Futur? Komm her! Ich hab dich grad gesehen! Ah, hab Glück gehabt! Ich bin in die Lava gefahren! Ja, ich hab meine Lieblingswaffe wieder! Wo willst du denn? Nein! Ich bin dir die willig! Raketen Gatling! Wabw! 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 Was denn? Hier einfach alles in die Luft klickt weg dir! Raketen Gatling! ein um mit aber ich würde sagen dass es die letzte Runde und danach mal ein Fazit zu dem Spiel ob man da um Fazit machen kann ist eine andere Sache Oh ich hab auch die Raketen geplägt acht Sekunden noch ich bin siebter von acht okay ich bin nicht letzter ich bin ich hab den fucking pink von drei warum hast du nur ein kill ich kann bei dem Spiel nur ein kill machen ja weil ich ja damals Selbstmord gemacht habe, dann kriegst du wieder Videos weil die ganze Zeit in die Lava gefallen wird, weil es mir zu schnell geht also ich hab 27 24, pink 8 und ich sage zu dem Spiel das ist absoluter Trash aber richtig geil ja also wenn man ein bisschen verrückte Scheiße machen will dann zeigt er dieses Spiel genau richtig also ich ja ich lösche es mal wieder es ist so krank ja das Spiel ist richtig krank und an der Stelle würde ich sagen was ist dann auch schon was hier mit dem ja würde ich auch sagen ich zeig jetzt hier noch einmal die Map in der ich drüber fliege also die Maps sind auch irgendwie ziemlich verrückt teilweise mitten in der Wüste und so ein Negadiamant und die Map hier nennt es jetzt aber muss ich sagen ja aber ich würde sagen wir beenden jetzt dieses für diese Spiele da hier äh und ja es war lustig es hat Spaß gemacht aber mehr auch nicht ja es hat auf jeden Fall Spaß gemacht ich würde sagen an der Stelle verabschieden wir uns servus und ciao ciao Oh, oh.